Wir sind nun mal angekommen bei Kapitel 4. Die Industrie bezeichnete den Teil der Wirtschaft, der gekennzeichnet ist durch die Produktion und Weiterverarbeitung von materiellen Gütern oder Waren in Fabriken und Anlagen, verbunden mit einem hohen Grad an Mechanisierung und Automatisierung. Es gibt auch Branchen, die dieser Definition nicht entsprechen und trotzdem als Industrie bezeichnet werden, etwa die Musikindustrie. Forscher aus dem Piemont haben den Einfluss industriell minderwertiger Musik speziell für die Menschen untersucht, die schon einmal einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitten haben. Verglichen mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die hochwertige Musik, wie die unsere gekonsumieren, hat diese Gruppe ein um zwei Drittel erhöhtes Risiko für einen zweiten Herzinfarkt oder Schlaganfall. Diesmal häufiger mit tödlichem Ausgang. Hören Sie das. Das ist Tal. Nicht tödlich. Nicht tödlich. Vielen Dank.